ich hab keine ahnung aber minotaurus du musst leider sterben es hat nichts mit dir zu tun aber ich mag dich nicht ich mag dich doch keine sorge das war nur ein prank it's just a prank so komm alpollo es tut mir leid minotaurus aber du musst sterben es hat nichts damit zu tun dass ich dich nicht mag aber ich mag dich nicht also ich mag das pokémon nicht ich mag ich schon scheiße spukball dieses polo wird uns komplett umbringen scheiße dieses polo es wird mich töten es wird mich einfach töten ich hab halt nichts mehr guckt euch an ich hab nichts ich würde sagen auf jeden fall sehr erfolgreich wir haben endlich wieder ein pokémon dass wir gegen finale einsetzen können ist zwar nicht resistent dafür aber ja gut ist es resistent gegen finale aber hat jetzt nicht so eine verteidigung wie zum beispiel das nasknet das war schon eine nummer nicht wahrs nox die guten alten zeiten high five weißt du doch damals als du alle gerettet hast in dem du dich davor geworfen hast als irgend so ein pisser pokémon explodiert ist das wäre schön nicht wahr aber das werden wir nie wieder haben ja okay gut wenn wir jetzt so weitermachen aber ich bald keine namen mehr dann resette ich das ganze hatte ich schon öfters in die kommentare geschrieben weil ich werde ich werde so ungefähr alle drei folgen gefragt was passiert wenn du keinen namen mehr hast ja freunde dann werden wir das ganze resetten ganz einfach nein ihr müsst dann eure namen nicht noch mal reinwerfen ich habe ja eure namen schon dafür haben wir den hashtag ich gebe aber den hashtag serum und wieder ein habe ich alles und paulus ist tot hat mich aufgepasst hat mich aufgepasst ich habe mich aufgepasst ich war gerade mitten im redefluss man muss natürlich realisieren es ist ein billiges sepa es ist ein billiges sepa hydro es ist ein billiges sepa mit hydro pumpe wo nimmst du die kraft her bitte oh mein gott ja und dann stirb halt einfach nicht du willst mich doch quälen oder und es gibt einfach kein psianer als pflanzentyp oder doch gibt es aber ich glaube nicht in dieser edition ich bin schneller ich bin verdammtes legendäres pokémon ach gott t800 bitte stirb nicht shit oh shit t800 ist weg gewann hittet scheiße ok wir werden heute sehr viele pokémon verlieren endlich mal was gutes aber sonja ist ziemlich am arsch ne ach quatsch ich hasse dich alter bitte leide oh 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 warum warum ok mal gucken wieviel pokémon von uns überleben werden falls jemand überleben wird irrlicht ist echt bitter irrlicht ist richtig bitter sonja du bist tot alter nein sonja nein mein abgangspot ich weiß dass es ziemlich jolo ist aber er macht es er ist tot das ist doch einer quader wieso hat sie Eisattacken verdammte scheiße ja ich muss dich sterben lassen es tut mir leid ich weiß dein einsatz hier in diesem let's play war nicht wirklich hoch du hast eigentlich hast du immer nur unten links in der ecke gechillt und wisst ihr was the elon ist auch tot es wird zeit deinem schöpfer zu begegnen ich glaube schallwelle ist mein stärkstes was ich habe gegen ihn ne die elon ist hat mir echt spaß gemacht mit dir aber wenn du jetzt den nächsten nicht überlebst dann bist du tot ich versuche es tut mir leid sie dort ich versuche es ja da war ja was wenn der hydropumpen einsetzt ne ob jetzt in in Volltreffer. Ich muss definitiv drinbleiben. Na gut, gute Nacht. Er darf anfangen. Er darf einfach anfangen. Was? Warum? Scheiße, du bist am Arsch. Du bist richtig am Arsch. Scheiße, nein. Es tut mir leid. Warte. Ich muss kurz etwas tun. Und dann kommt doch noch so ein scheiß Walreiser oder was? Warum? Ja. Oha. 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 Oho. Oha. 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 Ich muss dieses Valerizer stoppen, ey. Töte es. Oh Gott. Nein. Ich hasse diesen Typen. Bitte triff. Sadox, bitte triff. Wie geil wäre das, wenn du triffst. Oh ja, bitte triff dreimal. Wenn du dreimal triffst, bist du mein Held, Sadox. Du bist nicht mein Held. Ich dachte, du wärst mein Held. Du bist es nicht. Oh nein, jetzt kommt die Psychokinese. Einfach geil. Scheiße. Ja. Er ist verwirrt. Ich mein, sein Angriff steigt. Gut, aber dann tötet er sich selber fast. Das ist gut. Das ist gut. Ja, gut. Kann man drüber streiten, ne? Wir machen Feuerwirbel. Das wird ihm jetzt noch mehr Leben abziehen. Zwischendurch. Erstklassig. Einfach erstklassig. Er war eine Runde verwirrt. Das hat sich nicht gelohnt. Ein Feuerwirbel. Hätte ich von einfach kein Feuerwirbel eingesetzt, ein Feuersturm eingesetzt, wäre er tot. So viel Pech kann man doch nicht haben. Wenigstens one it. Tschau, Wolle. Es war mir ein Vergnügen, aber du hattest... Du hattest nun wirklich Pech. Ich brauchte das Pokémon nicht wechseln. Es würde nichts bringen. Wir haben keine Tränke mehr. Es würde nur alles schlimmer machen, wenn ich das Pokémon wechsle. Wenn ich jetzt das Pokémon wechseln mache, verliert ein anderes Pokémon, das ich dringend brauche, Leben. Den müssen wir jetzt one hitten. Was nicht funktionieren wird. Er ist sogar schneller als ich. Er ist sogar schneller als ich. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Das Gengar Level 45 ist schneller als... Ja, so war ein Volltreffer auch noch. Als ein Psyadar Level 49. Und Psyadar ist schon ein sehr schnelles Pokémon. Oder halbwegs schnell. Gut, dann haben wir noch Stachy. Ja. Zehn Kopfschluss. Groll bringt dir dann Scheiß. Wo? Warum hat der Groll nicht vorher eingesetzt? Das ist doch nicht dein Ernst, dass ich da verfehle. Ich verliere jetzt gegen das Gengar. Ich bin am Arsch. Zweimal hintereinander? Ist das irgendwo dein Ernst? Ich meine, ich fühle mich schon verarscht heute. Aber zweimal hintereinander? Er wäre tot gewesen. Stachy. Er wäre tot gewesen. Komm, mach Groll. Du bist ein Penner. Er wäre tot gewesen. Hättest du getroffen, Stachy. Es ist nicht meine Schuld, Leute. Dieses Mal ist es nicht meine Schuld. Stachy hat einfach nicht getroffen. Und das muss man mir zugute heißen. Du bist scheiße. Du bist scheiße, ey. Ganz ehrlich. Du bist einfach scheiße. Das war gemein. Du hättest mich wenigstens gegen Siegfried noch antreten lassen können. Aber nein, zieh mich mit in den Tod. Und wir machen es einfach so. Nach der Psychoknesie setzen wir erstmal Erholung ein. Und dann setzen wir Schnarcher ein. Somit wird er dadurch sterben. Und wir erholen uns. Falls da jetzt kein Volltreffer landet. Warum sage ich so etwas? Oh, scheiße. Es lief dir, es tut mir leid. Ich habe gerade Erholung eingesetzt. Ich habe es wirklich getan. Oh, 46. Oh, Gott. Steinhagel. Willst mich verarschen. Überlebe es. Das schmerzt. King Julian, es ist nochmal dein Einsatz. Es ist dein Tag. Freu dich nicht zu früh. Ich habe eine Menge Spielraum. Und ich habe eine Menge Feuer. Hier ist ein Boden. Ich habe eine Menge Feuer. Also, ich würde gerade behaupten. Black, du bist weg. Aber wenn du es noch schaffen würdest, deinen Hornbauer einzusetzen. Ich weiß, wir haben Blizzard. Aber Hornbauer ist die einzige Alternative, die wir haben. Blizzard wird uns nicht weiterführen. Donner! Oh Gott, ich bin am Arsch Ich bin am Arsch Damit habe ich nicht gerechnet, dass er Donner beherrscht Oh fuck Ich habe eine Spezialverteidigung von 48 Wenn mich ein Donner trifft, ich bin weg Ich bin einfach weg Weißt du was? Wir haben Wir haben sowieso keine Wahl Wir werden sowieso drauf gehen Wir werden gleich sowieso ein neues Team erstellen Ganz ehrlich Drachenstoß Volltreffer Wenigstens haben wir das Garados fertig gemacht Wenigstens haben wir das Garados fertig gemacht Das ist das Mindeste Aber wer weiß Ich mache einen Drachenpuls Und dann schauen wir mal was passiert Spezialverteidigung 48 Freunde, ich bin tot Na gut Das war überhaupt zu schätzen Das war überhaupt zu schätzen Na gut Wir haben es immerhin bis Siegfried geschafft Ich bin sehr stolz auf euch Dass ihr es gemeinsam bis zu Siegfried geschafft habt Das ist schlecht Wieso bin ich so ein Vollhonk Tut mir leid Du bist der Es tut mir wirklich leicht Aber du bist derjenige Der einfach nichts drauf hat Ja cool Ich hätte Blizzard einsetzen können Donnerwelle Ich muss sowieso jetzt aufsetzen Komm, ich bitte nicht Donner Na gut, dass er jetzt stirbt Das Komm Ist auch egal Wie sieht es bei Dunnlicht aus Das sieht ganz und gar nicht gut aus Tobi It's your turn Tobi, du kannst es reißen Ich weiß Du kannst es reißen Tobi, denk dran Du handelst für das Team Es ist für das Team Es war für das Team Kazam Er wird überleben Ja Er war ja klar Top Genesung Also Für alle, die es nicht wussten Wenn eine Attacke euch Bis zu 10 HP abzieht Also wenn ihr noch 10 HP habt Dann bringt euch Top Genesung auch einen Scheiß Weil Danach wird es genauso aussehen Bitte nicht Bitte nicht Ich bin auch ein starkes Pokémon Nein Okay Okay Deswegen Deswegen habe ich so Angst vor Elektroball Genau deswegen habe ich Angst vor Elektroball Ich verliere lieber ein Pokémon, das Weniger kann Als ein Pokémon, das mehr kann Okay Damit habe ich jetzt nicht gerechnet Ich habe gedacht, er sitzt final ein Tut mir leid, Maron Du hast dich aber geopfert Ich habe nicht erwartet, dass das hier passieren wird Aber es ist passiert Aber wir haben noch ein paar Pokémon vor uns Ich tue mir leid Erdlumpen Wäre die Regie nicht paralysiert, wäre das perfekt gewesen Aber So nicht Ich hoffe, du überstehst Eine Du musst nur eine überstehen Eine Schockwelle Überstehe diese Schockwelle Und ich schwöre es dir Wir haben gewonnen Wir haben so gewonnen Ich bin drin Ich bin drin Ich bin drin Ich bin drin Bis zum nächsten Mal.